Hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschela und schon wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder ein kleines Opening Video, denn wir wollen wieder ein bisschen hier auf der Windika gambeln. Und im letzten Teil hatte ich ja die Schuhe bekommen, die man nur hier auf der Windika kriegen kann, über das G-Gamble. Deswegen habe ich mich da echt sehr, sehr gefreut. Und jetzt war die Überlegung, okay, mache ich das Format doch weiter, denn mir wurde von mehreren Seiten gesagt, okay, die Xavius-Schultern können hier auch mit drin sein und anscheinend soll man sie einigermaßen gut bekommen können im Verhältnis zu dem, was da bei Xavius droppen. Und dann dachte ich mir, komm, gehst du auf hier die Windika, gehst du nochmal zurück zum Händler und gamblest. Ich habe mir nämlich wieder einige Münzen gefarmt, war anstrengend mit vielen Twings da durchzubasteln, aber wir können, denke ich, wieder 10 aufmachen. Und ich würde sagen, da starten wir gleich durch. Und zwar hier beim Main. Und es müssten eigentlich die Shiftungen sein. Mein Add-on sagt mir nicht, dass es droppen kann, aber wie gesagt, mehrere von euch haben mir das bestätigt, dass sie es dadurch bekommen haben. Und dann denke ich mir, wird das schon drin sein können. Und jetzt machen wir mal die ersten Schultern auf. Und die ersten Schultern waren schon mal eine Nullnummer. Schon mal nichts drin an der Stelle. Das können wir verkaufen. Dann loggen wir weiter. Ich habe jetzt halt die Marken auf ganz vielen verschiedenen Chars, sprich, wir müssen ein bisschen durchloggen. Aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Dann logg ich mal hier auf dem nächsten Char. Währenddessen gucken wir auf den zweiten Account. Da stehe ich nämlich auch schon dran. An der Winika. Und da können wir gleich zwei Schultern uns holen. Und zwar eins und zwei. Sprich Nummer zwei und Nummer drei haben wir dann. Na? Was sind das für Schultern? Nein, das sind die falschen Schultern. Die brauche ich nicht. Okay. Vielleicht kriege ich auch irgendeinen Zweitransmog. Ich weiß es nicht. Ob da noch was dabei ist. Okay, das scheinen auch die falschen Schultern zu sein. Die sind auf jeden Fall hochgerollt, ne? Das zumindest. Also drei Schultern haben wir. Leider alles nichts. Und ihr seht hier. Uh, da habe ich sogar alles Zweitransmog, ne? Hier tutti completti. Ewig viele Items. Gut, das können wir auch weghauen. Rollen wir das momentan gleich wieder leer. Und loggen auch hier weiter. Und zwar muss ich teilweise auch hart auf einen anderen Server noch gehen. Also da werden wir dann gleich nochmal gucken. Es sind doch einige Chars, wo ich die Sachen gesammelt habe. So, hier noch auf dem Monk. Ich muss das immer mit Leder-Chars alles farmen, weil ich will ja Lederschultern kriegen. Und ja, jetzt gucken wir hier mal weiter. Nächster Char. Nummer vier würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Hier, Schultern. Komm, drückt mir die Daumen. Ich glaube, die Chance ist 1 zu 34, 1 zu 35. Irgendwas so um den Dreh rum. Uh, ne, das sind sie auch nicht. Nummer vier hat leider auch nichts gebracht hier. Weg mit dem Mist. Wir müssen gleich nochmal gucken. Ich habe hier, wer hätte kurz rausgesucht gehabt, wie viele verschiedene Items quasi hier unter diesem einen Drop fallen. Gehen wir auf den nächsten Druid. Hier habe ich es rausgesucht. Und zwar, das sind hier diese Schiftungen. Und enthalten können da insgesamt 139 Items sein. Das hört sich jetzt noch sehr viel an, aber es sind ja alle Rüstungsklassen. Also Platte, Kette, Stoff und Leder. Ne, also vier Stück. Das ist geteilt durch vier. 139 sind 34,75. Also ich denke mal, 35 aufgerundet. Verschiedene Items pro Rüstungsklasse. So Pi mal Daumen. Vielleicht sind es bei der einen zwei mehr, beim anderen zwei weniger. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe jetzt nicht hier genau alles durchgeguckt. Oder man könnte eigentlich die Art gucken. Das würde ja auch gehen. Stoff und so. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall um die 35 sind es. Heißt, die Chance ist 1 zu 35. Ja. Das ist jetzt nicht super gut. Aber auch nicht super schlecht. Die Xavius-Schultern, die scheinen anscheinend ein bisschen schlechter zu droppen. Deswegen versuchen wir jetzt hier so ein bisschen zu machen. Selbstverständlich fahre mich halt nebenbei die Xavius-Schultern auch weiter. Gut. Dann vier hatten wir aufgemacht. Nummer fünf. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Komm, Schulter. Gib mir die Xavius-Schultern. No. Nummer fünf war auch nichts. Okay, gleich weg mit dem Mist. Weg damit. Ich habe die Chars extra hier schon abgestellt. Weil ich mir dachte, ja, wenn wir dann noch jedes Mal hinlaufen, dann dauert es noch länger. Und ja. Habe ich schon mal vorbildlich alles vorbereitet. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich noch was. Ich vermute, auf dem Monk hier müsste ich noch was haben. So, mit dem anderen sind wir schon eingeloggt. Fünf war nichts. Dann können wir hier noch Nummer sechs aufmachen. Und ihr seht, hier habe ich vom Angelzeug noch einiges rumliegendes. Packen wir gleich mal weg. Nummer sechs. Na komm, jetzt Daumen drücken. Also ihr seht hier, all the things zeigt es nicht an. Aber auch in den Kommentaren habe ich einige gelesen, beziehungsweise bei WBH hat auch ein paar geschrieben, dass man sie anscheinend rauskriegen kann. Also ich bin guter Dinge. Gut, das war auch nichts. Nummer sechs hat hier leider nichts gebracht. Loggen wir weiter. Muss ich gucken. Ich habe auf dem Rogue of Lothar dann noch was gemacht. Das sind nicht die drei. Ich glaube hier, bei dem hatten wir nichts. Da muss ich hier nochmal rüber switchen. Und zwar auf den Schar hier. Der ist es, glaube ich, ja. So. Marken haben wir mit dir. Ein Ding, ein Token kann ich mir kaufen. Das müsste Nummer sieben sein. Ich glaube, ich habe mich irgendwann zwischendrin verzählt, aber ist nicht so wild. Ah, fuck, wieder nichts. Oh nein, ich glaube, ich kann nochmal anfangen, ein paar Marken zu farmen, ne? Oder Xavius ist nächste Woche mal gnädig. Muss man mal schauen. Okay, loggen wir weiter. Nummer sieben haben wir weg. Drei Stück haben wir noch offen. Ich hoffe, es ist drin. Wäre zumindest richtig nice. Jetzt muss ich mal schauen. Der hier könnte noch was haben. Und mein Rogue ist noch nicht eingeloggt. Anderer Server dauert immer so einen Ticken länger zum Einloggen tatsächlich. Eigentlich hätte ich es lieber gehabt, dass ich auf einem Meer gefarmt habe. Aber nach dem letzten Video war ich ja eigentlich komplett fertig. Dann hatte ich nichts mehr gefarmt mit den... Also war ich fertig mit den Schuhen. Dann hatte ich nichts mehr gefarmt. Und jetzt habe ich halt auf jedem immer nur so quasi ein Item zusammengekriegt. Das ist immer ein bisschen blöd. So, das müsste Nummer acht sein. Na, komm, komm, komm. Xavius, Xavius, Xavius. No. Ich habe aber noch keinen Zweitschweinsmog drin gehabt, ne? Wo kriegt man das Item eigentlich her? Das ist jetzt zum Beispiel aus der Nachtfestung, ne? Vom Starogur würde man das bekommen. Und dann gibt es noch anscheinend... Genauso aus wie das T-Teil. Also sprich vom DH aus hier der Nachtfestung. Beziehungsweise, ich glaube, Nachtfestung und Ding war sogar das gleiche. Transmog, ne? Emerald Nightmare. Da waren, glaube ich, so Teile übergreifend. Egal. So. Das war auch nichts. Dann gehen wir auf den Schar hier. Ich hoffe, der hat jetzt mal noch ein paar mehr Marken. Schauen wir mal. Genau. Das müsste dann Nummer neun sein. Schultern. Dann haben wir noch einen Schar, einen letzten. Neun. Komm, eine Chance haben wir noch. Wobei, wenn man halt rechnet, ne? Eins zu 35. Ja. So, ich muss jetzt mal noch kurz gucken, wo haben wir jetzt noch Marken-Rumpflacken? Ähm, bei Altelara. Haben wir anscheinend einen vergessen. Den suchen wir jetzt noch kurz raus. Und mit dem Main kann ich auch nochmal switchen. Beziehungsweise wieder auf dem Main zurückswitchen. Da müssen wir jetzt ein kleiner was machen. Ah, okay, den hab ich auch noch abgestellt. Gott sei Dank. Naja. Mal schauen. Ich müsste eigentlich mal noch gucken, wie viel Prozent die Schultern bei Xavius droppen. Aber ich glaube, es war unter einem Prozent, ne? Deswegen bin ich halt im Überlegen. Wenn ich einmal komplett durch Emerald Nightmare durch muss, dauert halt schon einen Ticken. Gut, ich muss zwar jetzt nicht alle Bosse machen, weil ich halt mit dem Main quasi diese Quest gemacht hab, ne? Aber ich muss halt meinen zweiten Account mitziehen. Dann bin ich halt mit beiden Accounts gebunden. Das ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Und wenn ich jetzt hier diese Marken farme, dann benutze ich zwar auch beide Accounts, aber farme die halt gleichzeitig, ne? Ich mach ja diese Portale, musst du dann quasi abschließen, also diese Invasionen. Dann gibt's halt immer zwei Weekly Quests. Einmal, dass du drei Invasionen abschließen musst und einmal, dass du so 50 so Agonit sammeln musst, ne? Und das reicht eigentlich, wenn du beide machst. Du kriegst dann von den Bossen auch noch ein bisschen was von dem Agonit, dass du dir einen Teil kaufen kannst. Also etwa ein Teil die Woche ist halt drin. Und, ja, das zieht sich halt leider. Ich bin dann überlegen, was besser ist, das hier zu farmen, wo bei Xavius. Luck brauchst du so oder so, ne? So, letztes Teil. No! Wir haben nichts gekriegt. Belastend. Belastend. Ja gut, ich werd wieder losziegern. Werd wieder ein paar Sachen sammeln. Und wenn ich wieder zehn Stück zusammen hab, dann melde ich mich wieder. Wahrscheinlich dann aber erst in zwei Wochen. Mal gucken, wie schnell wir's zusammenkriegen. Und ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr die Xavius-Schuld dann bekommen habt, wo ihr sie her habt. Ob ihr sie hier her habt oder von Xavius. Das würde mich interessieren, wie da etwa so die Verteilung ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Teller. Bis dann. Ciao.